Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Gerade ich bin hin und weg gerissen. Wow. Alter Schwede. Ähm. Ach du heiliger Stoß. Oh Gott. Fuck, man. Shit, shit, shit. Da waren bestimmt diese jugendlichen Affen. 200... Komm, 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 komm... Ja, lass mich los! Mann. Ja, die Kack-Halbstarken. Definitiv. Dieses Gesindel hat Strafe verdient. Jede Menge. Wow. Ach du Kacke. Oh nein. Komm, 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 komm. Komm schon, Jimmy. Spring. Spring. Nein. Na komm. Nein. Ich komm nicht raus. Du kannst. Ich komm nicht raus. Du kannst. Komm schon, spring. Wenn er nicht kommt, dann zwingen wir ihn dazu. Jep. Jawohl. Komm, 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 komm. Na. Wow. Ach du mal, der ist schlussig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm. Wow. What the fuck? Äh. Ah, ich kann kein Quicktime. Ich muss das Baby retten. Ja. Na komm, 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 komm. Was soll ich machen? Hallo? Ich habe keine Ahnung, was sie machen soll. Achso, okay. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Na, dreh ich doch nicht um. Oh Mann. Ja, bin dabei. Ja, bin dabei. Näh runter. Lauf! Schau dich. Ist alles okay? Geh weiter. Okay, schnell raus hier. Ja, komm. Geh. Mann, beweg dich. Fuck. Wo sollen wir hin? Scheiße. Eieieieieiei. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, ähm, äh, äh, äh. Nein, keine Quick Time. Oh nein, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nein, oh Gott. Oh Gott. Na, warum machst du denn? Mach doch was. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Alter. Jodie. Oh mein Gott, du bist am Leben. E dealig. cualquier weiß nicht wie du das geschafft hast. Aber das war unglaublich. Zoe. Wie geht Zoe? Sehr gut. deaths Es wird Zeit für eine Lektion. Ah, was? Alter. Hast du das Problem jetzt? Ja, Mann, ist alles drauf? Okay, dann komm, los weg. Was da, Alter? Nein. Nein. Sie atmet nicht. Sie atmet nicht. Nein. 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 Oh, mein Gott. Sauerstoff. Wir brauchen Sauerstoff. Nein. Ich darf nicht sterben. Wir verlieren dich. Ich darf nicht sterben. Jodie, nein. Bitte, bleib bei uns, Jodie. Bleib bei uns. Das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Genau wie eine Kronung. Das ist nicht schlimm. Genau wie eine Kronung. weiß ich nicht. Ja. Ich darf nicht. Ja, ich habe mal eine Kronung kommen. Das war ein Ziel. Ja. Ich weiß nicht, dass es im Müll unter einer Brücke geboren wird. Und du bist das im Anteil, Judy. In Existenz. Bin ich tot? Ach, ich kann mich bewegen. Ich glaube, weit davon entfernen. Warte, warte. Das ist mein Baby. Lass mich sehen. Aber sie ist mein Baby. Bring sie mir. Ich habe es mir überlegt. Ich will mein Baby. Bitte, bitte, ich will sie sehen. Bitte, bitte, lass mich zu ihr. Ich will mein Baby. Bitte, lass mich zu ihr. Wer war die Frau? Warum zeigst du mir das? Ist sie... Ist sie meine Mutter? Ist das... Ist das die Zukunft? Ich will nicht zurück. Ich will nicht zurück. Ich bin bei dir bleiben, Aiden. Aiden! Nein! Aiden! 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 Wieso Aiden? Ich wollte nicht mehr her. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Muss ich ganz ehrlich geschehen? Kann ich duschen? Nee. Ähm. Gott, 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 Gott. Eiei, aiei, 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 a Sie liegt schon seit Monaten im Koma. Seit Monaten? Wir sind von der CIA. Sie wird gesucht wegen Verrats. Also, wir haben einen Haftbefehl, wenn Sie den sehen wollen. Okay. Ich bringe Sie zu ihr. Ei, 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 oh. Ähm. Es wird Zeit, sich zu verstecken. Im Schrank. Ähm. Ist das eine gute Idee? In Ihrem Zustand? Also, wo ist sie? Ja, merkwürdig. Das ist ihr Zimmer. Sie müsste hier sein. Scheiße. Sie ist aus dem Fenster raus. Das ist unmöglich. Wir sind im fünften Stock. Sie kann nicht durchs Fenster. Melde das. Die Kleine darf nicht entwischen. Ah. Und das war der Polizist, der uns am Anfang quasi befragt hat. Und ich bin da an der Stelle sehr gespannt, wie es da weitergeht. Ähm, das war ja quasi unser Beginn des Spiels. Ich lass mich da echt überraschen, wie wir da weiter fortfahren. Ja, wir machen jetzt mal eine kleine Augenpause. Alter, oh, ich würd sagen, in der nächsten Folge geht's dann weiter für dich auf YouTube. Ich sag dann mal, tschüss, bis zur nächsten Folge, ciao.